Grüß Euch! Heute schaue ich schon wieder ein wenig zivilisiert aus. Ich habe mich ein wenig gestützt. Ja, was ist der Plan? Ich werde bis zwölf so etwas arbeiten. Danach geht es weiter in ein Geschäft. Da werde ich mir so einen Matratzentopper kaufen. Oder eben so eine andere Unterlage. Weil die Isomaterane ist ein wenig im Auto. Das war jetzt mal ein wenig hart. Und meine Rücken wird mir noch ein wenig weh, weil es mir jetzt mal ein wenig hingehört hat. Ich bin einfach an der Haltstehung ausgerutscht. Ja, bin einmal da gelegen. Und nicht ganz oft aus. Schon innen geht es aus. Nicht ganz, was ich mache. Und hier geht auch gar nichts. Das schaut ideal aus. Natürlich kann man Fischerzeugen. Ich glaube das nehmen. Selbst aufpasbare Liegeunterlage. Selbst aufpasbare Liegeunterlage. Ideal. So, ich bin jetzt gerade in Jogmak. Wieder einmal verdanken. Kostet Diesel angerechnet 2 Euro. Und da geht es weiter Richtung Süden. So, Polarkreis wird wieder verlassen. Das ist dann ein Bild gemacht. Jetzt geht es weiter nach Omea. Da ist die WRC. World Rally Championship. Und der heutige Beifahrer. Popcorn. Weißt du, ob das aufs Fluss ist? Oder... Oder stört das Wasser? Da drüben ist die After-Party von der Rallye. Da schauen wir jetzt einmal hin. Dürft so ein wenig zugehen.